Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Weibliche Beamte dabei. Ansonsten werde ich auf der Stelle der Stadt den Rücken kehren und irgendwann gezwungenermaßen illegal einreisen müssen. Weibliche Militionäre? Frauen bei der Miliz? Was für ein absurder Gedanke. Ich bestehe auf eine Durchsuchung durch eine Frau. Oder ihr könnt mich alle mal. Ich fange an zu schreien, wenn ihr versuchen solltet, Hand an mich zu legen. Nun mach mal halblang. Niemand will dir hier grundlos an die Rüstung. Es geht einfach nur darum, dass irgendein Alchemist in der Stadt einen hohen Preis für bestimmte Tierkörperteile zahlt, weil das der letzte Schrei der tumorischen Heilmedizin sein soll. Und Lord André mag das sinnlose Abschlachten von Tieren für die sogenannte traditionelle Medizin nicht. Er hat nun mal ein Herz für Tiere. Wenn du mich fragst, aber du tust es ja nicht, ist das nur ein Spleen von ihm. Typisch für einen Lord. Wenn ich euch versichere, dass ich nichts damit zu tun habe, würdet ihr mich dann durchlassen? Ich habe übrigens sehr guten Kontakt zu Lord A. Wie, hm, nur ich ihn nennen darf. Oh, ach so. Na, das habe ich doch sofort erkannt, dass du mit der Sache nichts zu tun hast. Du kannst passieren. Nichtsdestotrotz, haben wir natürlich jetzt die Quest am Hals. Also, was heißt, am Hals? Ich wurde von den Wachen am Stator angehalten. Sie suchen Jäger. Aus bestimmten Körperteilen der Tiere. Ich würde ja sagen, hier nutzt jemand die Leichtgläubigkeit der Leute aus. Ja, aber wir wissen noch nicht wer und deswegen kümmern wir uns noch nicht darum. Ich überlege gerade, ob vielleicht sogar, nee, aber das ist Lehrling sein. Da dürfte jetzt kein Gegner respawnen. Da haben wir ja keinen Kapitelwechsel. Insofern ignorieren wir das erstmal. Aber es wäre doch vorm Kapitelwechsel nochmal sinnvoll zu versuchen, zumindest, an die Crawler zu kommen. Ich habe allerdings keine Ahnung, ob das realistisch ist. Wie gesagt, zwei Crawler-Platten fehlen uns im Prinzip noch. In der Theorie könnten wir Feuerregen kaufen. Damit würden wir das Ganze ja hinbekommen, aber das wäre vielleicht ganz schön eine Verschwendung. Wenn nicht in einem Org-Lager mit 30 Kriegern das Ganze zu zünden wäre, dann wäre es ja schon fast eine Verschwendung, wie gesagt. Also Brian, dich brauchen wir, nachdem wir dich beklaut haben, natürlich. Kannst du mir ein Zahnrad nach Maß anfertigen? Klar, sofort. Nur habe ich zur Zeit einen Versorgungsengpass. Ich benötige dringend Eisenerz. Je mehr, desto besser, desto schneller. Ich mache dir auch einen guten Preis, wenn du mir welches bringst. Zehn bis zwölf Brocken sollten genügen. Geht es nicht allen Schmieden so? Eisen wird knapp, in der Tat. Man sollte sich vielleicht die alten Minen in den Wäldern nochmal ansehen. Mag sein, dass sich da noch was rausholen lässt. Naja, passt du auf. Das haben wir schon direkt erledigt. Das haben wir direkt schon erledigt. Also mit einer zweiten Quest verwunden. Eisenerz für Brian. Und natürlich haben wir das Ganze schon. Ich habe die zehn Eisenerzbrocken im Schweiße meines Angesichts der Erde abgetrotzt. Klingt richtig gut in Klammern. So, jetzt auf zum Brian. Und da sind wir ja auch schon. Bitteschön. Ich habe für dich die gewünschte Menge Eisenerz aus dem Stein gehackt. Das sollte doch für ein Zahnrad reichen. Hier ist der Plan dafür. Das reicht, Dicke. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Komm morgen wieder. Dann sollte die Arbeit fertig sein. Morgen, immer morgen. Warum morgen? Hast du das Zahnrad fertiggestellt? Geduld gehört wohl nicht zu deinen Tugenden, oder? Nee. Was kann ich... Hab's ja auch eilig. Einen Apfel nämlich mit. Uh, der hat einen Amulett der Macht. Ähm... Und das ist natürlich äußerst praktisch. Ein Amulett der Macht beim Brian. Okay, ich versuche es mir zu merken. Also man wird höchstwahrscheinlich ein Exemplar irgendwo finden können. Das häng ich ja komischerweise an diesem... Ist der kaputte Kiste fest? Ist der Jack gerade hier unten, oder ist der oben? Wenn der hier unten ist, können wir den nochmal versuchen zu beklauen. Ist er nicht. Komm, dann laufen wir halt hoch. Wollen wir ja schon an der Truhe? Ja, warten wir. Minder, gut, dass du gekommen bist. Ich brauche nochmal deine Hilfe. Okay. Was kann ich für dich tun, Leuchtturmwerte? Seit einiger Zeit beobachte ich ein Irrlicht unten an den Stranden. Das Ding ist doppelt so groß wie normal. Und das ist nicht gut. Was ist in einem doppelt so großen Irrlicht nicht gut? Nur die Schiffe mit denen. Wenn die Schiffe kommen, dann wissen die gar nicht, was Leuchtfeuer am Turm und was ehrlich ist. Hast du die Bracks unten am Strand gesehen? Aber hier ist seit Monaten kein Schiff mehr angekommen. Ja, schon. Aber wenn doch... Nun, da ist wohl was dran. Na schön, ich kümmere mich drum. War nett, mit dir zu plaudern. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet. Haben wir spontan noch eine Quest abgegriffen. Und ich hatte Jack wohl schon beklaut. Das war ja eigentlich meine Intention. Aber na gut, sammeln wir wieder Quests. Ich denke aber schon, dass die Quests, die wir jetzt gerade bekommen, also mit der Wache am Stadttor und jetzt von Jack, dass die irgendwie schon damit zusammenhängen, dass wir jetzt Bürger der Stadt sind. Steht hier irgendwas von Nacht? So, aber da können wir auch so runterhüpfen, das direkt erledigen. Dann machen wir es einfach so. So, die Frage, wo kann ich hier runterhüpfen, ohne dass ich direkt als Moose verende? Ich glaube, da müssen wir ganz vor, kann das sein? Dann mal mit Schmackes losspringen. Oh, das sieht ja gut aus. Das war ein Griff ins Klo. Oder in dem Fall ein Sprung. Kommen wir hier überhaupt irgendwie einigermaßen brauchbar ins Wasser? Nicht so ganz, ne? Hatten wir den Shuttle-Läufer eigentlich schon erledigt? Ach, wir sind hier noch gar nicht lang gelaufen. Da lagen noch Tränke rum. Ja, Mensch, sowas geht aber auch nicht. Da habe ich wohl gepennt. Ach, den hatte ich sogar besiegt. Ich weiß sogar noch wie. Da haben wir uns hier, da haben wir wortwörtlich Feuer mit Feuer bekämpft. Da haben wir uns nämlich in den Shuttle-Läufer verhandelt, weil wir eine Spruchrolle hatten. Da haben wir den weggesenst. Da ist da keiner mehr drin bei den Kameraden. Und sobald ich jetzt hier gerade wieder reinlaufe und wieder akute Angst vor Wagen bekommen, ist tatsächlich der Gedanke wieder in meinem Kopf, dass wir jetzt echt schon gut was auf Bogen setzen sollten. Da haben wir sogar schon Wage besiegen können. Wir brauchen halt eine bessere Rüstung, dass wir auch ein paar Schläge von denen aushalten. Ich kann noch mal ganz kurz schauen. Wobei da direkt auf welche stoßen. Ich dachte nämlich, da wären direkt welche irgendwo. So, hier oben irgendwo, direkt über der Kuppe. Ich habe auch von links einen. Ach, jo, klar. Was auch sonst. Ich meine, der ist jetzt halt nochmal ein anderes Problem. Wenn es nur der Wagt wäre, oder zwei, Aber jetzt wende ich schon. Ach ja, die sind halt. Ja, die hauen uns halt ohne Probleme um. Zwei Schläge. Und wir brauchen schlichtweg zu viele. Und die sind halt nochmal ein ganz anderes Problem. Wenn es nur der Wagt wäre, oder zwei, Dann könnte man uns ja wirklich angehen. Aber die haben halt hier in der Nähe auch nicht unbedingt eine brauchbare Erhöhung, wo wir nicht getroffen werden können. Gerade bei den Orks. Die können ja auch klettern. Die sind halt dann ein viel größeres Problem. Aber einzelne Waage, das wäre halt schön. Aber die sind halt auch meistens nie allein unterwegs. Hinten waren wir ja auch schon. Wir sind ja vor allem hier vorne entlang gelaufen, weil da hinten, ne, Waage, Orkkrieger. Jetzt schauen, ob wir hier einigermaßen brauchbar ins Wasser gelangen. Wir sind erst im Wasser gestorben. Also in der Theorie können wir auch einfach mal versuchen zu springen. Ich dobs halt hier komisch ab, deswegen versuchen wir es mal so. Hey, was ist das für ein Scheiß? Ich akzeptiere das jetzt mal so, wie es jetzt gelaufen ist, weil ich eine Regeneration habe. Aber ansonsten ist es ja beschiss schon bei einer hier. So, hier haben wir das erste Wrack. Wollen wir mal gucken, was ehrlich hier zu finden ist. Aber als Strand gilt das hier hinten ja nicht unbedingt. Hier gehen wir mal weiter. Hier guckt man nicht gescheit hoch. Hier ist doch bestimmt das Ehrlich. Das ist ja auch hier die nahe anliegendste Gegend. Ja, da ist es auch. Oh, das dampft da hinten, der war gut vor sich hin. Und das ist tatsächlich schon am Tag zu begutachten. Hauen wir es halt um, ne? Oha. Aua. Das macht gut Schaden, das Scheißding. Das lässt sich nur sehr schwer treffen. Und deswegen bringe ich das Bein her um. Stopp. Geh weg. Scheint von uns abgelassen zu haben. Oder es hängt einfach irgendwie an der Hütte fest. Nee, das ist wieder zurück zur Ausgangsposition. Ach, die Scheißhütten kann man auch nicht gescheit drauf, ne? Diese Drecksdinger. So, können wir das denn irgendwie... Ich meine, das ist zwar noch blöder, aber können wir es abschießen? Ah. Tatsächlich. Das funktioniert viel besser als ein Schwert. Ich meine, so viel Munition sollte man ja noch haben. Ich habe das an, wie sie ihn dürfen. Ja, was soll der Scheiß? Oh. Oh. Ehrlichter können wohl auch klettern. Ich bin doch kein Metzger. So. Erledigt ist erledigt. Das Ehrlicht ist platt. Wollen wir das für einen Jack erledigt? Jetzt wäre es halt schön, dass wir irgendwie da direkt wieder hoch könnten. Geht aber nicht. Müssen außen rumlaufen. Aber hier kann man hochkommen. Also das müsste auch drin sein, oder? Ich wollte gerade sagen, das wäre eine Frechheit. Manchmal läufst du da so 60 Grad Steigung hoch und dann hängt es hier unten, oder was? Da geht es nicht weiter. Das kann es ja auch keinem erzählen. So. Man kann sagen, ich sollte erstmal, wow, speichern, bevor irgendwas Blödes passiert. Auf der anderen Seite ist es ehrlich, können wir auch so oder so wieder umlegen. Ein paar Pfeile. Und gut ist, so. Jetzt sind wir wieder in die Stadt. Und ich überlege gerade tatsächlich noch, ob es ein paar Personen gibt, die man noch beklauen könnte, die irgendwie was noch zu schwer war. Aber ich glaube, wir müssten bis auf ein paar wenige Ausnahmen. Diese Ausnahmen beziehen sich meistens, ich wollte gerade sagen, auf das neue Lager, also auf Onas Hof, auf die Söldner. In der Stadt sollten wir so gut wie alle haben. Ein paar waren zwar schwieriger als gedacht, aber da weiß ich jetzt auch nicht mehr, wer ja das genau war. Ich glaube, ich laufe jetzt mal direkt hoch zum Check, damit die Quest schon mal aus dem Weg ist. Was mit der anderen Quest auf sich hat, kann ich noch nicht so wirklich sagen. Mit diesem Händlerquatsch und Lord Andres Kram, da habe ich jetzt auch keine Idee, was das sein könnte. Aber das mit Wambu ist ja wie gesagt die eigentliche Hauptquest, dass uns hier die Goblins nicht überrennen. Und das werden wir natürlich angehen, sobald es geht. Deswegen müssen wir halt nachts irgendwie bei der Kaserne vorbeilaufen. Gehen wir noch ein bisschen Vollspeed hier und dann mit dem Teleporter zurück in die Hafenstadt und dann hoffen, dass wir dann das mit Wambu direkt erledigen können. Denn wie gesagt, ich glaube, zwei Tage sind jetzt rum, im schlimmsten Fall drei von fünf. Aber wir haben ja schon alles erledigt, bis auf die Sache mit Wambu. Ich habe halt keine Ahnung, wie lange sich die Quest noch ziehen kann am Ende. Wie gesagt, freiwillig wird er uns das Kettenhemd nicht schenken. Deswegen müssen wir nochmal schauen, was wir da dann erledigen sollten. Noch irgendeine Kompensation oder abkaufen für einen Haufen Geld. Gut, das kriegen wir nur fast hin. Wir sind ja vermögend, zumindest was Sachwert angeht. Ach, er sitzt schon perfekt. Muss wenigstens immer da hochdappen. Das Ehrlicht wird deinem Leuchtfeuer keine Konkurrenz mehr machen. Donnerschlag. Du machst wohl alles möglich, Mendirn, oder? Alles, was in meiner Macht steht. Na klar. Da werden die Schiffe, die hier eventuell mal vorbeikommen, nicht mehr auf die Strände laufen. Da werden dir viele Seemänner dankbar sein. Ich hab's gern getan. So, das war auch eine Quest. Ohne wirkliche Belohnung. Einfach nur ein kleiner Gefallen für Jack. Mit 400 EP, also 100 für das Ehrlicht selbst, was aber nicht schwer zu besiegen war. Nummer 300 für abschließend der Quest. Ja, kann man mitnehmen. Ansonsten haben wir denn noch so der Trommler, das schießt mir gerade noch irgendwie ins Auge. Weil da unten sind ja keine Orkkrieger, das sind ja nur Varge. Das könnte man wirklich mal versuchen. Ansonsten müssen wir erstmal in aller Art warten. Wir müssen auf Wambo warten. Es ist theoretisch jetzt abends, also vielleicht ist es schon Abend genug. Und auf Brian müssen wir auch warten, aber das ist ja Nebenquest. Ach, da fällt mir ein, da wollte ich noch mal kurz nehmen, da uns ja der Iskarotter nichts erzählen kann. Vielleicht ja hier der andere Fuzi von der Feuermagie, aber ich glaube, da war auch nichts. Kann auch gut sein, dass das mit dem Kloster Hauptquest gebunden ist und einfach noch kommen wird. Früher oder später. Wo ist er denn? Daron. Ah, da ist er doch. Meine F... immer noch nicht. Heilige Scheiße. Das gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. Können wir hier vorne noch irgendwen beklauen? Hat Marbucin schon beklaut? Nee, auch schwierig. Bei dem hat's geklappt. Komisch. Also schwierig ist nicht unmöglich. Also, sowieso nicht. Aber das kriegen wir sogar auch schon hin. Bisschen Glück und wenig Verstand. Hatten wir alle schon... Können wir den Trommler beklauen? Nee. Hatten wir schon eigentlich auch schon. Was ist mit dem Herold? Der professionelle Schreihals. Nee, können wir auch nichts. Dann gucken wir mal, ob der Wambo vielleicht schon bei der Kaserne ist. Ansonsten wüsste ich nicht, wie ich die Quest zu verstehen habe. Gut, die sind jetzt natürlich noch nicht hier. Schätz mal, also der Wambo ist nicht hier. Also, wir könnten mal auf die Suche gehen. Aber der wird wahrscheinlich noch im oberen Viertel sein. Aber dann werden wir diese Nacht hier auch wieder optimal nutzen können. Indem wir zum einen das obere Viertel so gut es geht beklauen. Dann in der nächsten Folge. Da kommen wir theoretisch genau um Mitternacht beim Brian vorbei, aber das machen wir nicht. Das eilt ja nicht. Aber das mit Wambo würde ich wie gesagt angehen wollen. Und da das abends oder spätabends zu erledigen sein sollte. Ich gucke jetzt erstmal wo der Kamerad ist. Wenn er noch im oberen Viertel ist. Vertreiben wir uns noch ein bisschen da die Zeit. Gerade weil wir auch schwierige Taschentieb-Stahl-Funktionen nutzen können. Das ist in der Theorie bei manchen bei manchen Ich gucke mir noch ein paar Leute hier beklauen oder mal beim Stadthalter vorbeischauen oder vielleicht schaffen wir es ja sogar in der eine oder andere Hütte. Ha! Ah ne da ist sogar jemand scheiße. Hallo! Was suchst du hier? Hallo! Hier ist viel Kram drin. Kluges Kerlchen Okay Die war aber auch blind. Die erkennt die Velaya nicht. So hier ist nichts. Kein weiterer Lederbeutel irgendwo im Gebüsch. Schade. Da sind immer die Hausfrauen aktiv hier. Das gibt's gar nicht. Das gibt's doch gar nicht. So der Wambo ist glaube ich immer hier. Der Wambo dürfte so gut wie immer hier sein. Ansonsten Nee Stadtwache dann steht er vielleicht da vorne auf dem großen Platz. So hier ist er nicht. Dann muss er hinten sein. Hallo Miliz. Also wie sieht's aus? Nee wir können nichts erzählen. Das heißt wir müssen jetzt einfach mal im oberen Viertel bleiben in der nächsten Folge und schauen dass wenn der sich halt in Bewegung setzt wir uns auch in Bewegung setzen. Es steht jetzt tatsächlich hier in der Quest nichts mehr davon dass wir uns den Kettenpanzer zeigen lassen sollen aber auf der anderen Seite ich habe keine Ahnung wie wir an den Schlüssel kommen wollen für seine Truhe und er hat ja erwähnt dass wir abends dass er uns abends dann irgendwie den Kettenpanzer zeigen kann oder will also in der nächsten Folge gucke ich mal ob ich hier schon vielleicht im Stadthalter spreche oder so oder im Richterhaus mal nachgucke ob man da rein kann und ansonsten beobachten wir mal dass der Bambo hier wie der sich hier bewegt und wenn er dann loszieht dann ziehen wir auch los und hoffentlich können wir das in der Nacht in der Kaserne erledigen damit wir den Druck von den Goblins loswerden und dann können wir uns auch um Brian kümmern und den ganzen anderen Rest und hier alles ausrauben in diesem Sinne sehen wir uns in der nächsten Folge bis dahin Tschüss